Nur noch 10 Sekunden. Bauer auf. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Dacheldraht wird ausgelegt. Ich platziere ein AVM. Oh Scheiße, jetzt habe ich sie erschossen. Die Asche ist da unten. Koffer war da. Ich habe die da unten. Interrogation. Alle sind da. So geil, Nechel. In dem Moment sind sie durchs Fenster reinküpft oder nein, so habe ich gleich wenigstens eingemacht. Die zwei noch draußen, ne? Oh ja, die ist eine Drohne, Nechel. Oh ja, die ist gut. Ich sehe sie gar nicht, ich weiß gar nicht, was für Zeit los ist. Achso, der war da oben. Das ist verständlich. Ich habe noch einen down. Eingang von des eigenen Trupps verbleibt. Wo? Ein Gegner verbleibt. Die waren beide draußen bei dem Zweiteingang. An den Nix. Ich habe aber eh Lust oben drüber bei beiden, bei dem da. Dann sag mir mal was los ist. Außer bei dem Fenster. Der ist gestanden. Vorzeigen, Nechel. Alle Gegner eliminiert.